so wir haben hier noch die super quäcker und die chesanne quäcker wir fangen mal an hier mit dem super quäcker sind wir einfach mal vorweg 45 stück also so sehen so aus grün ring bei denen ist das problem die lunte die brennt nämlich kann ich das ja mal gerne zeigen also die brennt schon aber halt das sieht man nicht man hört doch nicht zwischen aber schnipseln schön muss ich sagen also bei dem muss man aufpassen also hört das schon da ist kein zwischen oder so wir machen jetzt weiter mit den anderen die sind auch grün also fast genauso gleich wie die anderen und da kommt ein auto also hier haben wir das gleiche problem man sieht das kaum weil die da alle hochfahren da ist sowieso nicht also wirklich und wenn wir das auto rumfahren wirst du jetzt stattdessen zu laufen die paar kilometer weil wir sind auch hergelaufen ja war eine lüge ist okay ja wir sind gefahren aber ich wette mit euch dass das auto gleich zurückkommt so und der letzte also also ich kann sie auf jeden fall empfehlen wenn du sie noch bekommt sind schön laut schnipseln aber halt das problem mit der lunte wenn sie zeit kommen also freunde bis zum nächsten video bis zum nächsten mal